Hallo zusammen, ich bin Carla und Assistant Product Manager hier bei Ryobi. Mit unserer großen Auswahl an Schneidwerkzeugen bietet Ryobi alles, was Sie brauchen. Vom präzisen Schnitt beim Beschneiden von 5 mm Sträuchern bis hin zum Fällen von Bäumen mit 35 cm Durchmesser. Die 18 Volt OnePlus Produkte eignen sich perfekt für kleine Baumschnittanwendungen mit einer Schnittleistung zwischen 5 und 25 mm. Für noch anspruchsvollere Schneidarbeiten ist die Max Power 36 Volt Reihe ideal zum Fällen und Entasten von Bäumen zwischen 25 und 35 cm Durchmesser. Ich freue mich Ihnen, die beiden neuesten Sägewerkzeuge präsentieren zu dürfen, die exklusiv für autorisierte Händler erhältlich sind. Das erste Produkt, welches ich Ihnen präsentieren werde, ist die 18 Volt OnePlus Brushless Gartenschere. Dies ist keine gewöhnliche Gartenschere, denn sie ist zu 100% vollautomatisch und macht das Schneiden schneller, einfacher und müheloser als je zuvor. Mit bürstenloser Technologie schneidet sie Zweige mit bis zu 28 mm Durchmesser und schafft mit einem 1,5 Amperestunden Akku bis zu 1500 Schnitte. Perfekt für das Entasten über einen längeren Zeitraum. Das ergonomische, leichte Design und die einfache Betätigung des Auslösers ermöglichen auch Personen mit Handverletzungen oder eingeschränkter händischer Kraft die maximale Schnittleistung in jedem Winkel mit schnellen, sauberen und präzisen Schnitten, dank der hochwertigen verkrumpen Bypass-Klingen aus gehärtetem SK5-Stahl. Zusätzlich gibt es ein LED-Flächenlicht zur Verbesserung der Sichtbarkeit und der Schnittpräzision beim Beschneiden in dichtem, dunklem Gebüsch. Die bürstenlose Gartenschere verfügt zudem über ein werkzeugloses Wechselsystem für einen schnellen und einfachen Wechsel von alten zu neuen Klingen. Neue Klingen sind als Zubehör erhältlich, wenn ihre alten Klingen abgenutzt sind. Außerdem ist weiteres Zubehör erhältlich, um Ihr Benutzererlebnis zu verbessern. Das perfekte Beispiel dafür ist die neue Gürteltasche, die sich einfach und bequem um die Taille legen lässt, sodass Sie die Schere an der Hüfte festschneiden können und so die Hände frei und schnellen Zugriff auf die Schere haben. Ebenfalls erhältlich ist die Diamantpfeile aus Siliziumcarbids und 320er Körnung. Perfekt für das schärfen, stumpfer Klingen. Insgesamt ist die 18-Volt OnePlus Brushless Gartenschere fantastisch zum Beschneiden kleiner Äste und Bäume für ein gesundes Pflanzenwachstum. Weiter geht es mit dem Max Power Sortiment. Ich freue mich Ihnen, die neue Brushless 40 cm und 30 cm Kettensäge vorzustellen. Eine Akkusäge perfekt für anspruchsvolle Aufgaben. Der Max Power Brushless Motor liefert eine Kettengeschwindigkeit von 22,5 m pro Sekunde mit enormem Drehmoment und enormer Leistung, die Ihnen eine höhere Schnittgeschwindigkeit ermöglichen, um harte Hölzer leicht und effizient zu durchtrennen. Dank dieser Leistung in Kombination mit einem 40 cm oder 30 cm Schwert ist sie perfekt für das Fällen, Entasten und zur Vorbereitung von Brennholz. Unabhängig von Ihrer Erfahrung im Umgang mit Kettensägen, hilft Ihnen das einfach zu bedienende, robuste Kettenspannsystem, eine perfekt gespannte Kette für optimales Schneiden über längere Zeiträume aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus verfügt diese Kettensäge über ein automatisches Schwert- und Kettenölsystem, sodass Sie länger schneiden können, ohne dafür zum Schmieren der Kette die Arbeit unterbrechen zu müssen. Das ergonomische, leichte Design sorgt für eine komfortable Handhabung und verfügt über einen gummierten Griff, damit Sie die volle Kontrolle beim Sägen behalten. Die innovative Schutzabdeckung sorgt dafür, dass die Holzspäne vom Benutzer weggeleitet werden. Zusätzlich wird eine Schwertschutzhülle mitgeliefert, um das Schwert und die Kette bei der Lagerung und das Werkzeug und den Benutzer bei Nichtgebrauch zu schützen. Ein weiteres wichtiges Sicherheitsmerkmal dieser Kettensäge ist die schnelle mechanische und elektronische Kettenbremse. Im Falle eines Rückschlags stoppt die Bremse die Kette schnell, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Legen Sie einfach einen unserer 36-Volt-Akkus ein und Sie können sofort mit dem Sägen beginnen. Sie müssen kein Benzin mehr nachkaufen oder das Öl genau anmischen. Auch Ihre Arme werden nicht mehr so schnell ermüden, da Sie an keinem Starterkabel ziehen müssen. Noch besser, mit einem 6 Amperestunden Akku können Sie mit einer einzigen Ladung über 65 Schnitte machen. Unsere Max Power Kettensägen sind in Bezug auf die Kettengeschwindigkeit, Schnittleistung und Kraft tatsächlich mit Benzinkettensägen vergleichbar. Die Vorteile von Elektro-Kettensägen sind vielfältig. Sie sind emissionsfrei, wartungsarm und doppelt so leise, sodass Sie Ihre Nachbarn nicht stören werden. Damit wären wir am Ende. Exklusiv, nur für Sie, unsere autorisierten Händler. Zwei großartige neue und aufregende Produkte für verschiedene Schnittanwendungen. Ideal für unsere Nutzer, um den perfekten Garten zu pflegen. Danke fürs Zuschauen.